und herzlich willkommen zurück hier bei diablo 4 und ja wir haben es gerade jemand befreit aus der stadt kuran und jetzt wollen wir noch irgendwie weiter was infiltrieren ich das richtig verstanden habe aber lorat wird uns sicherlich weitere instruktionen jetzt geben schauen wir mal ich denke mal wir nähern uns ist auch langsam ende von akt 3 also vermute ich jetzt mal schauen wir ob das so wirklich ist lorat wisst ihr als wir uns das erste mal trafen nahm ich an dass euch diese verbindung mit lilith in die dunkelheit führen wird genau wie elias aber nach all den guten taten die ihr hier vollbracht hat lag ich vielleicht falsch wir werden sehen so haben wir denn noch irgendeine andere entsagt der mutter ätzender ehrgeiz das ist hier unten ja dann machen wir natürlich die kampagnen quest weiter und das ist schon warum ich das eigentlich immer markiere damit sofort lang laufen muss die frage ist jetzt habe ich auch gar nicht drauf geachtet gibt es hier so ein tieren wo denn hier was ist überhaupt hier sind wir richtig ja und hier gibt es die lille stadtrohr genau das wollte ich gucken nämlich hier unten und die andere sei ich auch in der nähe mehr in der nähe ja dann würde ich sagen die holen wir erstmal der andere ist doch ein ticken zu weit weg ja 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 Ich spreche dort am Eingang der Schlachtergrube. Auch ein sehr martialischer Name. Das bedeutet, sein Ziel ist wahrscheinlich Duriel oder Andariel. Was macht das für einen Unterschied? Duriel ernährt sich vom Schmerz des Leibes. Andariel bevorzugt die Qualen des Geistes. Wer auch immer es ist, sollte Elias Erfolg haben, werden viele weitere Städte Gulrans Schicksal erleiden. Wir können nur noch hoffen, dass er die Beschwörung noch nicht abgeschlossen hat. O-Jung meinte, der Tunnel befände sich in einer versteckten Nische. Ich meine, auch wenn ich bei den verspielerten Gipfeln sehr viel Zeit verbracht habe. Aber auch so, wenn man jetzt normal spielt, also mit den Nebenquests, ist das schon eine ziemlich umfangreiche Kampagne. Ich glaube, die von Diablo 3 war nicht so lange. Das war gut, ich habe die auch so lange nicht mehr gespielt. Ich kann auch schein, dass das, dass das rückt, das Gefühl. Das muss noch etwas sein. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Sind wir hier richtig? Zwei Säbel. Genau wie Oyun es beschrieben hatte. Ja, ich dachte mal wieder als erstes rein, ne? Ja, klar. Moment. Hört ihr das? Stimmen? Warum bleiben wir hier? Ich brauche mehr Beute. Mehr Fleisch. Und ihr werdet es bekommen, sobald Elias sein großes Werk vollbracht hat. Welches Werk? Ihr werdet schon sehen, Brol. Die Samen, die wir gesät haben, werden Früchte tragen. Uran wird neu geboren. Und damit auch... Welches Werk? Elias. Er ist bereit, an Dariel in die Welt zu rufen. Ihre Kraft wird uns unvorstellbar mächtig machen. Und natürlich werdet ihr mehr Fleisch haben. Ah, ich will zusehen. Gewiss, großer Brol. Ihr werdet der Ehrengast sein. Andariel, die Herrin der Qual. Das ist das geringe Übel, das er beschwören will. Mögen die Himmel uns beistehen. Tja, die Gute an Dariel fahren mich in Diablo 2 Resurrected ab und zu mal ab für meinen Helm, den ich brauche. Halle-Kinds-Krone. Halle-Kinds-Krone. So rum. Aber... Das wäre... Negativ. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch hier Introduktor. Ich bin noch nicht bereit. Aber ... Ich muss noch etwas sagen. Ich muss noch etwas warten. Ich bin gespannt. Okay, geht schon mal gleich los. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ja gut, den brauche ich eigentlich noch den Ring. Der ist ja noch relativ frisch. Dann ist eigentlich die Entscheidung klar. Ja gut, hier wäre auch... Ja, aber ansonsten passt das tatsächlich. Weil die Glückstreffer Chance jetzt ein bisschen reduziert ist. Aber sonst die anderen Werte passen halt. Aber ein anderer Aspekt muss da drauf. Elias hat schon lange vorher Dämonen beschworen, nicht wahr? Erzählt mir nicht, ihr hättet euch im horadrischen Gewölbe rumgetrieben. Ich habe seine Gemäche aus gutem Grund versiegelt. Der Narr dachte, er könnte die Macht der großen Übel gegen sie verwenden. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Aufhören oder die Horadrim verlassen. Den Rest kennt ihr. Was habt ihr gefunden? Ich erkenne viele dieser Bücher wieder. Er muss sie aus dem horadrischen Gewölbe gestohlen haben. Die Prophezeiung bewahrheitet sich vor meinen Augen. Es war richtig, etwas zu unternehmen. Wenn die großen Übel kommen, finden sie keine leichte Beute vor. Wir werden bereit sein. Unsere Wiedergeburt beginnt hier, da Andariel an das Herz von Gulran gekettet ist. Sie wird sich an dem Leid in dieser Stadt der Pein laben. Und wir laben uns an ihr. Andariels Macht wird unser Sein. Und wir können sie gegen die anderen Herren der Hölle nutzen. Wenn mehr sterben müssen, damit das gelingt, dann sei es so. Ich werde euch nicht enttäuschen, Mutter. Im Zentrum der Karte liegt der Tempel der großen Übel. Eine uralte Anlage, die unter dem Berg Sivo begraben liegt. Notizen wurden auf das Papier gekritzelt. Das sind wohl Berechnungen, wie viele Einwohner Gulrans für die Ausgraben des Tempels vonnöten wären. Ich habe das hier gefunden. Andariel. Gekettet an das Herz von Gulran. Ihr böses Treiben wird nicht hier eingeschlossen bleiben. Es wird das Land in Leid ertränken. Das ist schierer Wahnsinn. Ganz im Gegenteil. Elias Verstand ist klar. Ausnahmsweise einmal. Als ich ihn kannte, suchte er nach einer höheren Bedeutung. Ich konnte sie ihm nicht geben. Und so wandte er sich Liliths zu. Ich hielt ihn nicht auf. Ich ließ zu, dass er... das hier wurde. Jetzt haben wir die Chance, es wieder gut zu machen. Bevor die Dinge noch schlimmer werden. Ja, wir haben, was wir brauchen. Die Beschwörung findet im Tempel der großen Übel im Berg Sivo statt. Wir müssen einen Ausgang finden. Wie ich Elias kenne, muss er für den Ernstfall einen Fluchtweg gehabt haben. Hinter dem Regal. Das ist wohl das Einzige, was er von mir gelernt hat. Was jetzt? Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance dazu hatte. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Da gibt es einen Wegpunkt, den holen wir uns mal, beziehungsweise wieder mal schauen, ob denn dort ein Dariel Schrein ist, äh, ein Dariel, sage ich schon, ein Lilith Schrein, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, müsste hier einer sein und gegenüber auch. Das ist jetzt, äh, das finde ich jetzt nicht gut. Ich kann leider den Altar nicht anklicken, vielleicht muss ich hier ein bisschen rein, ja gut, gehen wir mal erstmal zu dem anderen. Oh, da sind auch noch mal zwei, zwei Quests, sehr schön. Ja, das wäre jetzt Panne, wenn es daran scheitern würde. Da frage ich mich natürlich, was kann denn an so einem Schrein denn verbuggt sein, wenn alle anderen funktionieren? Oder ich muss mich mal ein- und ausloggen, das funktioniert ja auch häufiger mal, dass, wenn das jetzt hier auch nicht geht... Der ging... Der muss noch etwas fragen. So, einmal aktiviert. Dann holen wir uns gleich mal die Quests. Das Schrein, er sorgt auch für höhere Bewegungsgeschwindigkeit, also auch wenn wir jetzt keine Gegner finden, sind wir zumindest einen Tacken schneller. Geht es euch gut? Geht es euch gut? Wie funktioniert dieser Zauber? Was ist das für ein Ort? Die hinterste Ritze von Sanktuario. Aber es gibt Geld zu holen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Hier sind früher Schmugglerkarawanen durchgereist, bevor die Irren in den roten Kutten aufgekreuzt sind. Jede Menge Wagen haben gebrannt. Alle möglichen Güter sind verloren gegangen. Wie dieses Relikt. Und da kommen wir beide ins Spiel. Okay, dann einmal da hin. Und dann nochmal die Statue probieren. Das wäre ärgerlich. Dann müsste man ja fast mal drauf achten, ob das dann, ja, irgendwann mal gefixt wird. Weil sonst wären ja die 100% gar nicht zu erreichen. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Stimmt etwas nicht? Sie haben alle mitgenommen. Alles. Die Trione kam und hat niemanden verschont. Da waren nur noch Staub und Echos. Sie wurden alle gefesselt und zum Berg gebracht. Ich habe die Toten durchsucht, die in den Klippen vertrockneten. Dava und Nara. Sie fehlen noch. Ich kann sie nicht bei den Schrecken der Trione zurücklassen. Sie haben geschnitzte Armreife getragen mit Adlerflügeln darauf. Ich muss sie finden. Sie anständig begraben. So. Probier ich jetzt nochmal die... Genau. Dann nehmen wir... Die Quest. Ich meine, ich gehe davon aus, dass das irgendwann gefixt wird, wenn das... nicht nur ein Problem bei mir ist. Sondern generell. Dann wird es dafür ja ein Patch geben. Aber sehr ärgerlich. Vielleicht geht es ja jetzt aus irgendeinem Grund. Ich glaube zwar nicht so da dran. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich zu weit weg bin. So. So. Selbst wenn ich hier alles kaputt mache. Oder... Ah, Moment. Wahrscheinlich so. Alles klar. Ja, ein Paragon freigeschaltet. Warum? Warum habe ich jetzt einen Paragonpunkt bekommen? Nicht, dass mich das jetzt stört. Aber... Ich glaube, ich habe eine gewisse Anzahl von Lil-Statuen benutzt. Ja, also man muss hier... Das ist halt alles hier so ein bisschen. Das ist so ein kleines Gätschel quasi. Man muss halt diese ganzen... Hindernisse wegmachen. Da kommt man von hier aus halt dran. So. Wie gesagt, es ist eigentlich egal, wo man lang geht. Jetzt kommen wir hier oben lang. 2% mehr Leben. Dann kriegen wir hier nochmal 5% mehr Schaden. Dann geht es auch mit den Standardwerten weiter. Wie gesagt, der Glyphensokkel ist jetzt erstmal das erste Ziel. Auch wenn ich wahrscheinlich... Für je 5 Reichweite muss ich es sehen, wo hier... Wo hier was möglich ist. Wie gesagt, man kann die auch wieder rausnehmen. Die Punkte, so ist es nicht. Man kann da also relativ leicht auch umskillen. So, dann machen wir jetzt folgendes. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall jetzt Richtung... Quest. Durchsucht die senkenden Teilchen nach dem Relikt. Mir ist auf jeden Fall froh, dass das mit der Lidl-Statue geklappt hat. Genau. Aktivieren muss ich es noch auf der interaktiven Map. Ich kann sie nur empfehlen. Müsst ihr euch allerdings natürlich dann ein Account auf der Seite d4builds.gg anlegen. Damit das dann auch gespeichert wird. Ja gut, wir müssen sowieso da hoch. Das passt ja eigentlich. Das ist es nicht. 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 Ein bisschen mehr Varianz wäre auch nicht schlecht gewesen. das ist es nicht das ist das ist klar auf jeden fall eine gegnerarmut hier das ist das ist das ist das ist das ist das die wegpunkte aktivieren brauche ich denn eigentlich noch 90 punkte 90 punkte und dann bekomme ich noch mal einen trank dazu und dann hier noch mal ein fertigkeitspunkt rakan habt ihr das gelingt habe ich und in einem so guten zustand aber wo ist meine jägerin sagt mir nicht ich habe sie auch verloren wie dem auch sei wisst ihr was das ist scheußliches kleines dem voller verderbnis hatte man einem aufseher der steppen gehört es gibt ein weiteres ihr werdet es für mich finde natürlich nur wenn euch etwas an gold liegt welche wieder jetzt die kriege wir waren die aufseher die alten sklaven alter könige von kohlen sie haben die steppe mit eiserma hand regiert jetzt sind sie längst vergessen aber ihre relikte verbreiten an ihrer stadt leid welchem aufseher gehörte dieses relikt der kranke bastard hat seinen opfern kann lava in die kehle geschüttet das ist in der tat krank warum sammelt ihr diese relikte sollte sie nicht jemand sammeln würdet ihr zulassen dass ein haufen verfluchte relikte eure heimat vergiftet das dachte ich mir eure jägerin ist schwer verletzt sie sprach von gold sie ist also am leben gut keine sorge freund ich sorge dafür dass sie hilfe und volle bezahlung erhält wo ist dieses andere relikt hatte ich gehofft aber der jäger den ich geschickt habe ist noch nicht zurück ob tot oder verspätet ich vermute der junge braucht unterstützung vielleicht könnt ihr helfen so die jagd auf den relikt jäger das ist die quest alles klar auch auf der interaktiven karte abgehakt das macht das später echt leichter den überblick zu bekommen wo muss man noch hin und wo nicht apropos wohin das schickt mich aber jetzt wirklich hier sonst wohin gut aber dadurch dass wir hier jetzt bei lohr ziemlich in der nähe sind natürlich erstmal hier hoch und können dann da oben die anderen beiden das zwei verschiedene quest die gleiche was ist unser nächster schritt irgendwo in diesem paradies hat die triune ihren alten tempel zurück erobert leider können wir nicht einfach hinein spazieren die leyes hat nachforschungen zu schreinen von mephisto wahl und diablo angestellt nur die gesegneten vermögen den pfad zu öffnen ja aber ein segen von den großen übeln das ist verdammt riskant wenn das der schlüssel in dem tempel ist gehe ich das risiko ein mal als schreien ist in der nähe damit fangen wir gut dann können wir aber eigentlich trotzdem hier die nebenquests schon mal mitmachen und hier sollte es natürlich auch wieder eine lille statue geben und zwar hier und hier gibt es auch markiert ja hier haben wir wieder das gleiche hintermütig zerstören und dann klappt es auch mit dem nachbarn dafür würde ich gerne wissen warum wir jetzt diesen ein paar von verdient haben ich muss wohl mit der lille statue was zu tun gehabt haben aber so was sollen wir finden den verschollenen reliktjäger das heißt wir müssen hier so ein bisschen suchen ne das ist last der befinde das ist wieder was anderes erlangt da was armreif naras armreif das wäre wahrscheinlich ein paar nehmend seien die hier wahrscheinlich irgendwo deswegen auch die zwei gebiete ich muss noch etwas sagen ich muss noch etwas sagen ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit dass die questziele auch wirklich jemand dem angezeigten bereich waren dann bleibe ich jetzt also auch hier drin ganz klar aber viel fläche habe ich nicht mehr wahrscheinlich jetzt hier auf dem weg also hier ist jetzt meine vermutung dass es hier ja wenn wir das ist das in irgendeiner kiste oder so muss noch etwas sagen so das sind und das sind bestimmte mops ich bin noch nicht bereit auf die andere seite ich bin noch ich bin noch nicht bereit gut das heißt das sind wahrscheinlich wir also sind keine name box sind also hier gefangene oder gefolterte leute wahrscheinlich ich kann es auch woanders irgendwo eine leiche sein schätze ich mal bei dem anderen ja aufgehängt der person da war ja nichts zu holen da kann es ja sein dass es dann irgendwie vielleicht in anderen eine andere leiche ist aber ich gehe davon aus es muss eine leiche sein da hier es gibt mehrere von denen auf die muss ich achten das ist jetzt das was ich wissen wollte noch nicht da ist der andere sehr schön und wir müssen natürlich darunter bringen ja da würde ich jetzt sagen da machen wir es mit der kampagne weiter ja Was ist die Trione? Sie verehren die Herrscher der Hölle. Zumindest taten sie das. Wenn die Trione hier mit Elias zusammenarbeitet, bedeutet das, dass sie sich Lilith verschrieben haben. Wenn die Trione die großen Übel anbetet, warum haben sie sich dann Elias angeschlossen? Es ist alles eine Frage der Macht. Der alte Kult kniete vor den großen Übeln. Nicht viel mehr als Sklaven von Dämonen. Aber durch Elias, durch Lilith, können sie die Meister der Dämonen werden. Das denken sie zumindest. Warum sollte Elias Segen von den großen Übeln wollen? Sie sind seine Feinde. Die Segen sind nur ein Mittel zum Zweck. Elias braucht den Tempel, einen Ort dämonischer Macht, um an Dariel zu beschwören. Baal, Herr der Zerstörung. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Thor-Balos. 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 Geht es euch gut? Es geht mir gut. Noch zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark. Bleibt stark. Ich bin noch nicht bereit. Habe ich gefragt, welche Statue, das sieht schon nach dem Ur-Diablo aus. Diablo, Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al-Diabolos. Al-Diabolos. Jo, dann holen wir uns den letzten Schrein. Bin gespannt, was dann passiert. Geht es euch. Der letzte Schrein. Mephisto, der Herr des Hasses. Vater von Lilith. Seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll und sucht dann den Tempel. So sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistus. Aber seid vorsichtig. Dul Mephistus. Jo, da müssen wir jetzt durch das Portal. Oh, der Wolf. So sehen wir uns wieder. Mephisto. Ich weiß, wer ihr jetzt seid. Ihr. Aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht helfen können. Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Niemand ist sich noch seiner Stellung bewusst, was... Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lob bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Okay, Mephisto. Also ich hätte wirklich gewettet, fast alles gewettet, dass das wieder Diablo ist. Aber gut, ist es Mephisto. Wir werden uns den großen Übel niemals beugen. Die acabou dividen damit. Sobald die Aufwärmung sind im Bereich der Volk create mit einem Remed доб Homietest. Das ist auch wieder irgendeine Illusion hier, oder? Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja, ich hatte in den letzten Jahren Pech, in diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen nicht wahr. Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Wieso konzentriert ihr euren Zaun für den Moment nicht auf Leer? Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Wer waren diese Barbaren? Die Opfer meines Bruders, Baal. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich wünschte, ich hätte es mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baalzweich nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Okay, also der Vater gibt quasi jetzt mir die Erlaubnis, seine Tochter um die Ecke zu bringen. Aber vielleicht ist es auch nicht wirklich Mephisto. Vielleicht gibt er sich erst Mephisto aus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Jetzt sind wir wieder da. In unserer Realität sozusagen. Ich muss noch etwas wagen. Ich muss noch etwas wagen. Ich muss noch etwas wagen. Oh, hier ist ja so ein Aussichtspunkt. Interessant. Ich habe den letzten Segen empfangen. Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich habe etwas beim Schreien gesehen. Einen Wolf. Hm. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrin? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Der Tempel der großen Ibel liegt direkt vor uns. Ja, dann gehen wir da auch direkt dahin. Oh, ich finde die Lava ist halt so unheimlich genial dargestellt. Mit diesem roten Glimmen und Leuchten. Ich bin noch nicht bereit. Ah. sorry. Steinzeit مسicher dass, Ich bin noch nicht bereit. Nein, hier gibt es keine Statue in der Nähe. Da sind wir beim Tempel der großen Übel. Dann mal rein in die gute Stube. Eindringlinge! Eure Freie werden anstern, die Eide auf der Base mit Kolbenheit! Eure Freie werden anstern. 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 Was haben wir hier? Verletzte Lebensregeneration. Ja, diesmal nicht so pralle Werte. Also was für den Schmied zum kaputt machen. Eure Freie werden anstern. Eure Freie werden anstern. Eure Freie werden anstern. Eure Freie werden anstern. Ja, ich würde sagen, das war es dann noch für diese Folge. Die Stunde ist schon wieder rum. Ja, ich denke, ich mache jetzt einfach weiter. Gut, wir haben jetzt 2.46 Uhr, aber egal. Morgen ist Feiertag. Heute ist Feiertag. Und ich habe ja so oder so Urlaub. Von daher alles gut. Ja, auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!